Jetzt sind wir dann das zweite Buffet. Hier gibt es ein Gurschkäsemüsli. Frisch und Salant. Lecker. Oliven. Hier gibt es die Käsesacken. Die Kaffee-Statoren. Wir haben alles an Obst, was man braucht. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier noch die verschießenden Müsli. Sieht ganz, ganz toll aus. Hier gibt es aber eine komplette Kaffeestation. Da kann man sich dann holen, was man mag. Und hier noch einmal komplette Müsli. Hier gibt es auch noch eine komplette Müsli. Danke. 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 Danke.